Die Weihnachtsbeleuchtung besteht aus rund 600 Lichterketten mit rund 24.000 LEDs und sie ist 18 Meter hoch und rund 2 Tonnen schwer. Visitors können ihre eigene Designs entwickeln. Sie können eine Pattern wählen und verschiedene Farben wählen, depending auf wie sie fühlen. Die Technologie im Hintergrund ist eine Kontrollabel RGB String Light, die wir zusammen mit der Universität von Lancaster entwickelt haben. Die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Partnerfirmen war wie ein Schweizer Uhrwerk. Es ist großartig, die Menschen zu haben und zu nutzen. Die Schreie sind eingeladen für die Technologie spekuliert. Dar, was sie auch im Hintergrund ist, ist es, was sie sehen, den Schreie sind. Vielen Dank.